Die Firma Leibbrand ist ein seit 1923 existierender Handwerksbetrieb in den Bereichen Maler, Stuckateur, Raumausstatterarbeiten sowie Betonsanierung. Unsere Spezialisten wissen um den kreativen und individuellen Einsatz von Farben, Lacken, Tapeten, Putze und Trockenbau. In unserer Werkstatt entstehen hochwertige Lackierungen nach individuellen Kundenwünschen. Neben den klassischen Handwerkerleistungen und Produkten in unserer Branche, bieten wir besondere Kompetenzen in der Balkon-, Fachwerk-, Schimmelsanierung sowie der Akustik-, dem energiegerechten Umbau und dem baulichen Brandschutz an. Hierfür stehen in unserem Betrieb 60 Mitarbeiter, davon 10 Meister- und Ingenieure, in unterschiedlichen Gewerken und eine Innenarchitektin für Sie bereit. Die handwerkliche Vielfalt der Firma Leibbrand wird in unserem in der Region einzigartigen Schauraum erlebbar und anfassbar gemacht. In unserem Farbenmarkt Paletti finden sowohl Heimwerker als auch Geschäftskunden professionelle Materialien für ihre Arbeiten. Besuchen Sie uns in Schorndorf, Sie werden begeistert sein!